ja bei dieser bevor die laufen ist scheiße das ist so oft zu spielen schießen helikopter es ist war kopf was erwartet du von einem rückratlosen hund befreien wir die anderen aus dem lagerhaus bevor es zu spät ist mir nach schwestern die gefangenen sind dort wir müssen dorthin russisches fahrzeug viele klaus nach da oben ist ein lappen fahrzeug die haben einen raketenwerfer fahrzeug 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 ok fahrzeug Easy. Kareem, wir sind an der Tür des Lagerhauses. Führe uns hinein. Lass ihn da raus! Nicht schießen! Schießen! Gut! Wer ist Commander Kareem? Ich bin Kareem. Sie haben uns kontaktiert. Lieutenant John Price, wo sind die anderen? Da drin. Geradeaus durch. Dicht folgen! Gehen wir, Jungs. Ab zwei. Sichert. Hadir! Hadir! Die Gasfabrik! Er verbrennt die Beweise! Und die Gefangenen! Zurück! Wir brechen durch! Los! Alles gesichert! Holen wir sie da raus! Ich öffne die Sprinkler! Lass du die Tür auf, Kareem! Sie sind verschlossen! Auf! Hilfe! Hadir! Hadir! Und los! Ja! Schwester! Schwester! Bei dir! Alles okay! Sie sind da! Ja! Geschafft! Dank dir! Ka-dink! Sucht Überlebende und Vorräte! Wir gehen! Nach Norden! Nicht auf den Highway! Bravo 6 an Kobalt 4! Zeitfenster bestätigen! Zehn Minuten! Roger! Orbit halten! Beallt euch! Selbst Barkov wird kommen und seine Toten holen! Ja, Leute selber! Ja, Vater! Ihr wisst, dass er euch büßen lassen wird! Er wird es büßen! Soll er kommen! Wir haben die Straße nach Norden geräumt! Dort seid ihr erstmal sicher! Danke! Die Revolution beginnt jetzt, Schwester! Der Krieg beginnt jetzt, Bruder! Selbst im Krieg gibt's Moral! Nicht vergessen! Aber auch nicht immer! Bravo 6! Ablücke 2! 20 Jahre Bürgerkrieg! Bürger spielen ja keine Rolle! Hadir ist trainiert! Verbündet, entführt, spielt keine Rolle! Er brachte das Gas nach Russland! Er tat es mit Alcatalas Hilfe! Er hat das Netzwerk und die Leute! Tja, kann man's ihm übernehmen, hm? Inoffiziell nicht! Aber hier geht's um mehr als Hadir! Wir haben zwei Optionen! Was, wir waren Moskau? Oder Mütterchen Russland schluckt ihre eigene Medizin! Eine Menge Unschuldige werden sterben! Durch einen Freund des Westens! Okay, kommen wir! Zur Sache! Ihre Empfehlung? Eine Geschäftsreise! Inoffiziell? Total! Wer ist ihr Team? Ein paar alte Freunde! Unser Sergeant? Ist bereit! Ich bring sie rein, dann sind sie auf sich gestellt! Nur Waffen der Gastnation! Ich mach das schon! Ja klar, ich mach alles! Wärme der Hauptstadt vor Moskau! Die gute alte Zeit! Oh, dann wird das Bock! Da sind zwei an der Tür! Mehr Alcatala im Inner! Fahrzeug kommt! Beobachten! Guter Ort! Parkt nur Wichser! Der Schlechter! Der Schlechter! Gerbes Shirt! Das Schwein aus der Botschaft! Kein Gas! Kein Hadir! Freier Schuss! Verlackend! Noch nicht! Der Schlechter führt uns zu Hadir! Oder der Gasangriff geht los! Wenn das passiert, sind wir alle am Arsch! Ausrusten! Wird wies! Die Uhr trägt! Hier lang! Wie viel Zeit haben wir? Ein paar Stunden oder weniger! Hast du alles? Merk ihn nicht in so kurzer Zeit! Schalldämpfer! Munition! Keine Blendgranaten! Gute Arbeit, Nick! 40er Hohlspitz! 1,50 Grain! Wie du's magst! Oh! Ich hab schon! Versteck sie vorerst! Treffpunkt am Lager! Okay! Bring das Paket! Auf den Weg, Captain! Ich weiß, dass du den Schlechter töten willst! Das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir! Du kriegst deine Chance, aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig! Privet! Privet! Dobre otra! Nicht schlecht! Mehr kann ich nicht! Wir beseitigen die Wachen, damit sie keinen Alarm schlagen und ringen dann über die Hintertür ein! Roger! Okay! Auf mein Zeichen schießen! Nicht vorher! Check! Ruhig bleiben! Wir haben Befugnis! Sag's ihnen gleich! Hier! Nicht aus der Reihe tanzen, Sergeant! Nikolai! Müll auf den Straßen! Die Ravidüten! Du denkst an alles! Aufpassen! Der Schlechter führt uns zu Hadir! Wir brauchen ihn bis dahin lebend! Check! Wir nehmen Rache! Heute werden nicht wir leiden und sterben, sondern Sie! Bestätigt! Ziel hinter dem Tisch! Neuer Soldat! Hadir! Ist unser Glück! Wenn der Wolf noch lebt, wird er stolz auf euch sein! Sie gehören dir, Garak! Nicht auf den Schlechterschießen! Und wenn er tot ist, bringen wir all jenen seine Wachen! Hinten! 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 Sicher! Alles gesichert! Ihm nach! Dürfen mir nicht folgen! Hinten! 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 Weiter! Hebe Deckung! Sperrstunde, Jungs! Lass sie nicht entkommen! Schnapp ihn dir! Erledigt! Die Tür zur Straße ist offen! Der Schlechter ist auf der Flucht! Zivilisten, Feuer einstellen! Verdammte Scheiße! Nikolai, das Ziel bewegt sich in Richtung Norden! Bereithalten für Evakuierung! Ich tätig! Ich weiß, wo ihr seid! Möchtung, Kinder! Mehr die Schlörte! Die Sond. Bleib dran! Ende! Was hab heute Getötet ist von mir gerade? Check! wo kommt die kanal warum die granate roger sie sterben mir geht es gut das ziel bewegt sich flusshofer kontakt fahrzeug direkt voraus wir haben einen raketen ausschalten ja was ich kurz mit deckung gehen schieß auf den raketenwerfer garrick raketenwerfer zerstört ja weil 30 leute vor mir sind soll ich doch rück zur mission kontakt fahrzeug direkt voraus wir haben einen raketenwerfer ausschalten ist den raketenwerfer ja ich muss euch mal auf die lütte zürgen raketenwerfer zerstört der schlechte haut ab hinterher schneller er sitzt in der fall auf die umgebung nach der schlechter ist weg wir haben versagt wo alter hier hinten ist der kontrollpunkt fahrzeug direkt voraus wir haben einen raketenwerfer ausschalten raketenwerfer zerstört gesichert der schlechter haut ab hinterher schneller er geht das kaffee flussufer süden wo steckst du auf verstärkungen achten wo zur hölle kommen wir nur her das fahrzeug nicht manchmal auch berg wieder ein weg dadurch nach w r d